Im Patins L.I.U. Chiswi ist pingle Menschen, von kleinen Intelligenten gut aussehend, 15 Jahre alt in der Grafschaft lesen lernen, später, weil ihre Eltern früh gestorben, er wurde herumlungern, und es hat somit ihr Studium aufgegeben. Seine Substanz ist nicht riesig, aber ein instinktives Vergnügen Foto im Bett modifiziert war sehr schön. Eine Nacht wurde L.I.U. Chiswi eingeladen zu trinken, vergessen, die Kerzen ausblasen, wenn sie verlassen. Nach ein paar Weintour, denke ich an sie, in aller Eile nach Hause zurückgekehrt. L.I.U. Chiswi-Haus hört, wie jemand flüstert, heimlich wollt auf unser einen jungen Mann, der ein schönes Mädchen im Bett liegen zu halten. L.I.U. Chiswi-Haus in der Nähe der berühmten Han verlassenen Häuser, oft frequentiert Innenstadt von Gott. Er wusste, dass sie Füchse, keine Angst. L.I.U. Chiswi betrat das Zimmer aufgeschnappt, die beiden Männer geritten in Panik, nahm die Kleider auf und lief weg nackt mein Bett. Wie können wir andere schlafen lassen? Verlassen einer lila Seide Hosen, noch das Band näher seit gebunden. L.I.U. Chiswi sehr glücklich aus Angst zurückzugehen sie zu stehlen, werden sie in dem Laderaum versteckt. Ein Moment später eine zerzauste Sofa durch den Spalt zu drücken, Bett lief L.I.U. Chiswi Hose. L.I.U. Chiswi lächelte zu zahlen. Maid versprach ihm einen Drink zu schicken, L.I.U. Chiswi stimmt nicht, sagte ihm Geld zu geben. Er stimmt nicht. Maid lächelte weg und war bald zurück, sagte mein großes Mädchen sagte wenn sie auch sie im Gegenzug eine gute Frau geben kann, muss geben. L.I.U. Chiswi fragte wer bis du Familie ein großes Mädchen ist, antwortete er meiner Familie nach Namehau. Die acht unsterblichen wenig große Mädchen genannt, und sie mit Hullern schlafen, zwei Mädchen Nazise, verheiratet Buche und den Ehemann, drei Mädchen Empathines, schöner als die beiden Mädchen, niemand nicht wie zu sehen. L.I.U. Chiswi Angst vor ihrer Unredlichkeit, die guten Nachricht zu warten. Die Markt ging hin und zurück, sagte ich habe eine Nachricht an großen Mädchen Ehemann geschickt, wie könnte eine gute Sache, ganz plötzlich ist nur dieses Ding mit drei Mädchen gemacht. L.I.U. Chiswi sagte ein Strom vom Missbrauch sie an die Relief Emper gelitten. Tag, ein wenig warten, unsere Familie nicht die Art von einfach Unredlichkeit der Menschen versprechen. L.I.U. Chiswi die Dinge zu ihnen zurück. Nach ein paar Tagen, aber ein wenig Nachrichten und nein, ein Tag nur schwarz, L.I.U. Chiswi wieder von außen, einfach zu hinsetzen und schließen die Tür. Plötzlich zwei Türen automatisch geöffnet, und zwei Männer, die ein Mädchen mit einer Steppdecke tragen, Hand für ihr Hecken der Decke halten, kamen herein und sagten Sendbraut kommt, mit einem Lächeln auf dem Bett und links. L.I.U. Chiswi neben dem Bett und sah Empathins positive Schlaf noch, der ganze Körper verströmt auch mellow Alkohol, sein Gesicht war mit Trunkenheit rot, absolut schön. L.I.U. Chiswi sehr glücklich, hält ihre Füße für sie aus Socken, sie zu entkleiden für sie, dann Empathins leicht worden erwachte, öffnete meine Augen L.I.U. Chiswi zu sehen, die Gliedmassen zu bewegen weigerte sich, sagte aber bitte acht und sterblichen schlechtes Mädchen verkauft mich, so L.I.U. Chiswi hält ihr anhänglich. Empathins L.I.U. Chiswi körper zu kalt, lächelte und sagte heute Abend ist es, was Tag A, traf so kalt Leute L.I.U. Chiswi sagte sie A, ja du, habe ich diese kühle Person, sondern auch, wieso die beiden lieben einander auf. Anschließend Empathins, sagte acht und sterblichen dieses Mädchen wirklich schamlos, die Familie bettgetrübt, aber ich werde die Hose nehmen, muss sie ein wenig Rache aussehen ändern, seitdem niemand nach Empathins kommen nicht, sie lieben tief. Ein Tag, Empathins aus den Ärmeln einer Jinkwan, sagte, dass es die acht und sterblichen ein paar Tage später aus seinen Arm und nahm ein paar von Goldauswurstigen eingelegt. Bestickt exquisiter Verarbeitung kommen, und lassen sie L.I.U. Chiswi Werbung aus. L.I.U. Chiswi nahm diese Dinge zu prallen von Verwandten und Freunden. Die Leute wollen das Geld, Wein als Geschenk sehen, so dass diese Dinge eine Seltenheit geworden. Empathins kommt eine Nacht, im Gespräch über die Abschiedsworte. L.I.U. Chiswi überrascht und fragte sie, Sacke, Empathins antwortete, weil meine Schwester Dinge gesteckt ich hasse, die ganze Familie zu gehen sehr weit wegnehmen wollen. Wir waren von diesem guten Freund abgeschnitten. L.I.U. Chiswi ein sehr erschrocken, bereit, Dinge zu setzen zurück zu den acht und sterblichen. L.I.U. Chiswi sagte, nein, sie dies Erpressung nicht zu verwenden ist, wenn sie hat, sie in die Mitte des Grafen. L.I.U. Chiswi fragte L.I.U. Chiswi fragte L.I.U. Chiswi, warum gehst du nicht, es allein zu lassen, sagte er die Eltern weg. L.I.U. Chiswi hat gefragt, wie lange kümmern, wenn nicht gefolgt, damit nicht das Gerücht um Unruhe zu stiften wird, L.I.U. Chiswi fragte L.I.U. Chiswi, warum gehst du nicht, es allein zu lassen? L.I.U. Chiswi sehr gedankenempathiert. Eines Tages, er zufällig auf der Straße ein Mädchen auf einem Fährt traf, bewegte sich langsam vorwärts. Ein alter Diener, die Zügel nahm, ist an ihm vorbeigebürstet, das Mädchen heimlich zu sehen, ihn wieder aus dem Schleier. Ein schönes Gesicht enthüllt, bald kam ein junger Mann von hinten und fragte, was ist der Mädchen, wie schön, L.I.U. Chiswi sie preist. Junge Leute grüßen ihn, lächelte und sagte schmeicheln, dass meine Frau L.I.U. Chiswi schiebesli entschuldigt. Der junge Mann sagte, Ausrufezeichen, Nanyang zuge drei Brüder, aber es spielt keine Rolle, haben sie einen der Drachen bekam, der Rest unbedeutend ist, so L.I.U. Chiswi seine Worte nicht verstehen. Der junge Mann sagte, L.I.U. Chiswi auch, dass er Hulang ist, sie wissen nicht, die Menschen noch in ihrem Bett schlafen stehen, zu, so sie die gegenseitige Anerkennung von Jafari, liebevoll zusammenzulachen, der junge Mann sagte nur zu ihren Eltern zurück, wir mich besuchen werden, würden sie mit mir gehen, L.I.U. Chiswi sehr glücklich mit ihnen in die Berge zusammenzuwiegen. L.I.U. Chiswi gibt eine Stadtmenschen ist in der Vergangenheit mit Zeit sie, die acht unsterblichen Absteigen ins Haus schutzsuchen Mädel J.U. Ehe man gekommen ist, L.I.U. Chiswi die Eltern der Frau bald einige Leute kamen, um zu sehen, rief sie, ein anderer junger Mann hat in der ersten Kleidung herrlich gewesen, Glanz zu blenden. L.I.U. Chiswi sagte, dies ist Buche und den Onkel, sie beten sie setzen mich, bald wurden, eine Person lachen, setzen, essen und weinen, sehr harmonisch. L.I.U. Chiswi der Vater sagte, heute sind drei Gude gekommen sind, können als eine seltene Sammlung und kein Außenseiter angesehen werden, können sie die Mädchen aus der Wiedervereinigung Wiedervereinigung nennen können nach einem Kind, sind drei Schwestern aus, Vater bestellte auf den Sitzsätzen, so dass sie jeder setzte sich neben seinen Sohn, acht unsterblichen Seen L.I.U. Chiswi, aber Jan Quiaxiao, er miteinander Empathiens spielt, ist Ärger, Narzissos etwas schlechter aussieht, aber ruhig sanft, Hausreden lachen, aber sie lächelte nur wortlos das Glas, so verwirrt Gäste, das Haus riechen gut, wir hatten einen guten Drink. L.I.U. Chiswi sah das Bett der verschiedenen Musikinstrumente sind, nimmt ein Einjudi, einen Antrag einen Vatergeburtstag zu spielen, Vater sehr glücklich, das wird so muss ein Spiel holen, so dass alle kriechen, um zu bekommen, nur Onkel Ding und Empathiens nicht nehmen, acht unsterblichen, sagte Ding lang nicht, kann nicht nehmen, nicht, wie sie erreichen, so die Klappe in die Arme von Empathiens geworfen, verschiedene Musikinstrumente zusammen, glücklicher Vater sagte acht unsterblichen Stehen auf, zieht der Narzissos sagt, Freude in der Familie, die der Fall ist, sie singen und tanzen, warum das Beste in den Menschen nicht Empathiens nie gibt, Stimme als Jinschatz, Menschen können nicht arbeiten, können Wenn sie und ich das Lied Lufi, Singen-Tanz-Duo gerade beendet hat, nur die Marktfrucht mit goldenen Tellern angeboten, wir wissen nicht, welche Frucht nahmen, der Vater sagte, dass es aus dem China Land bringt, genannt fällt Bonio so beiden Hände nach vornem Dinge mehr guter gebrannt, Empathiens glücklich, zu sagen sie liebt nicht den Sohn der reichen und armen Samset zu tun hat, Vater lächelte und spricht nicht, acht unsterblichen, sagten, weil Papa der lang außerhalb des County ist, wenn ein Gast auf dem Dienstalter, ist es nur Phönixschwester einen großen Faust-Skubi Bison hat zu tun Empathiens immer unglücklich, er nahm seine helle Kleidung, die Trommel werfen sie die Zofe schlagen, sang einen Rabatt Piojau weinerlich, immer und immer in einem Hof, die den Raum voller Menschen sehr unglücklich macht Acht unsterblichen, sagte dieses Mädchen und Eigenwilligen wie zuvor, um sie zu jagen, weiß nicht, wohin sie gehen L.I.U. Chis wie gedemütigt, sie verlassen am Straßenrand zurückzugehen, gehen auf halbem Weg, sieht Empathiens sitzen und sagte ihn zusammenzusetzen Empathiens sagte du bist ein Mann, nicht der Mensch für den Nachtgas exportieren, kostenloses Buchhaus aus Gold Ich hoffe, dass sie für sich selbst schauen und lob den Fuß, sagte, wenn wir zu schnell gehen, dornen meine Schuhe zu durchbohren, um es ihre Sachen L.I.U. Chis wie ausgestickt, Empathiens übernehmen ihren Fuß, L.I.U. Chis wie wollen ihr paar alte Schuhe, Empathiens lächelte und sagte du bist ein großer Schlingel, die ihre Quildkissen und dergleichen gesehen haben, sondern auch im Körper versteckt Wenn sie mich lieben, gibt es eine Sache, die sie senden können, geben sie, dann hat er einen Spiegel L.I.U. Chis wie nahm, sagte wenn du mich sehen wolltest, in die Bücher finden sollte, sonst würden wir nicht die Zeit zu treffen haben, dann war er es verschwunden L.I.U. Chis wie hatte Melancholie zurück Ein Blick in den Spiegel, ist Empathiens im Spiegel seine Stellung zurück, wie ein Mann in hundert Schritte entfernt suchen Denn ich erinnere mich, Empathiens fragte sie zurückgegangen Salon, hinter verschlossenen Türen zu konzentrieren sich auf das Lesen Einen Tag sah L.I.U. Chis wie den Mann im Spiegel plötzlich voll entstanden, die Vereinigten Staaten und die Vereinigten Staaten zu wollen, den Weg zu lachen, sodass die mehr schätzen sie, keine Person, abhängig von dem relativen Wehren des Mannes im Spiegel Nach mehr als einem Monat, L.I.U. Chis wie Studie hart Ehrgeiz abgeklungen ist, und außen, oft vergessen, Spiele nach Hause zu gehen, kommen sie zurück Um den Spiegel zu sehen, klang sehr traurig, wie es zu weinen, nach einem Tag wieder auf dem Rücken wie ein Ersten, als er stand da L.I.U. Chis wie auch, das so Empathiens, weil die wegen ihrer eigenen Vernachlässigen ihre Studien So begann er hinter verschlossenen Türen zu studieren, rund um die Uhr, nach mehr als einem Monat, ein Mann in dem Spiegel und nach außen, seitdem überprüft, wann immer etwas vernachlässigen ihre Studien Es ist traurig man im Spiegel klangtage harte Arbeit und Disziplin, Spiegel auf lächelnd, so ja früher oder später auflegte, betrachtet den Spiegel, da wir die gleichen Lehrer halten So schwer, bestehen wir seit zwei Jahren auf, in einem Rutschprüfungen viel, L.I.U. Chis wie glücklich Zu sagen heute habe ich meine Empathiens nach oben zeigen kann nahm den Spiegel und sieht zwei schwarze Empathiens gebogen Chiang Mai, leicht ausgesetzt weißen Zähne, sein Gesicht erhellte, als ob er ist bei der Hand L.I.U. Chis wie bereits sehr beliebt, aufmerksam zu beobachten Plötzlich lächelte der Mann in den Spiegel und sagte, Schattenliebhaber, Haustiermalereien, sagte heute, es ist angenehm überrascht L.I.U. Chis wie sah sich um, Empathiens rechts von ihm aufgestanden ist L.I.U. Chis wie nahm ihre Hand und fragte ihre Eltern das tägliche Leben L.I.U. Chis wie sagte ich und sie sind nach, die sie nie nach Hause gehen Er liebte in einer Höhle, mit ihnen, um den Verarmten zu teilen L.I.U. Chis wie zu Grafschaften Abendessen Fragte Empathiens zusammen zu gehen Zwei Menschen mit einer Autofahrt über die Menschen sie nicht sehen können Später nach Hause gehen wollen Empathiens heimlich mit ihm zu besprechen So zu tun sie L.I.U. Chis wie in Grafschaften Frau verheiratet war Empathiens nach Hause Begannen die Gäste, Geschäftsaufgaben zu kommen Um zu sehen, die Menschen sind durch ihre Schönheit erstaunt Nicht wissend, dass sie ein Fuchs ist L.I.U. Chis wie ist Uri und Richterstudent Ging er zu treffen der Richter Auf dem Weg zum D.Lang D.Lang ihn waren zu gehen eingeladen zu Hause Gastfreundschaft sehr nachdenklich begegnet D.Lang sagte ihm Frau Eltern Vor kurzem woanders zu Hause meiner Frau zurückbewegen Werde ich bald wieder einen Brief zu schicken und ihre Highschool Nachrichten setzen Ihnen zu sagen Lassen sie sie zu Kongratulate kommen Zuerst L.I.U. Chis wie D.Lang ist auch Fox Vermutet und später im Detail seine Familie erfahren Wusste, dass er der Sohn von großen Händlern Buche und Grafschaft war Zunächst D.Lang einmal von der Villa in der Nacht nach Hause zu gehen Traf einen Mann auf der Straße D.Lang sehen sie schön, schielen sie heimlich Narzissus Anfrage mit ihm zu gehen D.Lang sehr erfreut Nahm sie in die Bibliothek Und sie wird zusammenleben Narzissus in und aus dem Fenstergitter D.Lang wusste sie nicht ein Fuchs war Narzissus sagte bitte nicht von mir verdächtig sein Weil sie ehrlich sind und freundlich Bereit für ihren Körper zu kümmern D.Lang liebt sie sehr Nicht einmal eine Frau L.I.U. Chis wie Haus Leihen die Reichleute großer Hof für die Gäste Unterkunft bereit Reinigen der Hof war sehr sauber Aber nicht Kontenschleier zur Verfügung Am nächsten Tag Um zu sehen Ich sah Wie die Einrichtung aussehen Ein paar Tage später Sicher genug Um mehr als 30 Menschen kamen mit Geschenken an die Tür Füllten Straßen Strömten Reisen L.I.U. Chis wie an den Vater und D.Lang Lange Gruß Sie in das Haus gekommen Im Patins begrüßen seine Mutter und zwei Schwestern in seine Gemächer Acht Unsterblichen Sagte heute ist das reiche Mädchen Nicht mir die Schuld Richtig Kupplerin Jinkwan Bestickte Schuhe immer noch da Im Patins finden heraus Das sie sagte auch dieses Paar Schuhe oder Schuhe nach unten Aber tausende von Menschen desillusioniert sind Der acht mit ihrem Schuhe wieder spielen Immortals Sagte sie schlägt Setzt ihn im Auge L.I.U. Hüspend so Die Schuhe in das Feuer Ich sagen Müge wie neue Blumen Blumig alter Xi Schatz nicht den Chang'e Borgen mit Narzissos auch im Namen sagen wollen Einmal Jusonne Käfig Mit einer Million Menschen Sagte Roshi Chang'e zu sehen Die Studenten sollten mit Leid zu den Im Patins Bobo Feuer Sagte Jede Nacht am Himmel nur einen Tag vor Freude zu gehen bleiben Zu Schlank Schatten Auf der ganzen Welt zu sehen So Im Patins im Aschenbecher drehen Mehr als zehn Kopien gestapelt Siehe L.I.U. Hüspend Fragten sie ihn aufgeben Sei ich die volle Besticktplatte ist wie das Original gleich Acht Unsterblichen eilte aus und schob den Teller auf die Erde Wo es ein oder zwei gestickt Sie fuchsia san zu blasen Gestickt einfach weg Am nächsten Tag Ding lang nach Hause Weil der Weg lang ist Geht das Paar zurück Acht Unsterblichen begehren und Schwesterspielen Vater und Hulang wiederholt drängen Über Mittag War sie aus dem Zimmer Und jeder ging zusammen Die meisten dieser Gäste kamen zum ersten Mal hier Großen Stil Als ob die Maße der Leute auf den Markt gehen Es gibt zwei Räuber Sahen so eine schöne Frau Seele fliegen So reden sie auf dem Weg zu Kapern Und sehen Ob sie das Dorf verlassen Und nur hinter hinten Weniger als einen Steinwurf entfernt Versuchte das Pferd Um aufzuholen Sondern auch Wie oben zu halten An einem Ort An beiden Seiten der Klippe gesäumt Reisen langsamer Fahrer Der Räuber nahm die Gelegenheit War mit einem Messer Um aufzuholen Und geschrei Sind die Menschen verscheucht Julian Räuber Absteigen Offenen Blick Aber es ist eine Frau Sitzen im Inneren Ertümlicherweise vermutet Räuber packte die Mutter der Schönheit Sie sah sich um Seinen rechten Arm Gehackt Waffe wurde Sofort gefesselt Robert Näheres Hinsehen Verwandte zu provozieren Nichts Ich möchte so viele unsterblich haben Sie ihre schöne Tochter In der Welt verheiratet nehmen So dass die armen Oliver Wird die Person Viel weniger schmerzhaft sein Ich möchte so viele unsterblich haben Ich möchte so viele unsterblich aus Die Mutter